Und wir sind wieder zu Gange im Rush. Jetzt ist mal... Ach du Scheiße. Das ist weg. Was ist denn hier los? Da kommen schon die Kampfdrohnen geflogen. Ja, wir sind wieder zu Gange. Einer von euch hat jetzt mein MG4. Danke. Bin trotzdem noch empört. Wir spielen also White Outs. Wir brauchen einen oben in dem Turm. U-Boot-Turm. Ich bin oben auf dieser Eisscholle, da hinten... Über links, Schneemobil. Ja, gesehen. Ich bin alleine bei Alpha, ich bräuchte da mal ein bisschen Hilfe. Ja, ich komm, ich komm. Bin down. Kommt vor. Spottet mal wen. Oh, bei... Überlaufen Alpha. Ja. Komm rüber. Ja, was ist denn das für ein Bullshit, Mann? Was passiert? Der Typ ist im Laufen ohne anvisieren. Präziser mit einem MG4, als ich mit einem Zweibein. Das ist ja... Ach, komm. Das Spiel ist einfach nur Scheiße, Mann. Ja, das MG4 ist auch gegen die Skara gewonnen. Bravo hab ich zwei. Bravo wird entschärft. Da kommt ein Auto zwischen den... Bravo ist das Auto. Shit, bravo ich hier. Fahrzeug markiert. MRAP. Abgesessene. MRAP. Abgesessene. Medic. Suppressor da mal so ein bisschen rum. Ich hoffe ihr da draußen nehmt zur Kenntnis, dass ich äh... ein anderes SIP-Maschinengewehr dabei hab als sonst. Die Pechenek kann ich nur empfehlen. Das ist jetzt das M60. Da mag ich den Sound. Ey, der Klaus macht irgendwo Leute tot. Da mag ich den Sound aber auch sonst nicht viel mehr. Pechenek hat irgendwie ein anderes Schadensmodell als die anderen Waffen hab ich das Gefühl. Ja, mal fünf. Style hinter dir. Ich bin irgendwie auf so'n Spielraum. Ja, das sieht auch komisch aus was du da machst. Okay. Oh, ich krieg ne Drohne. Oh, Drohne fliegt an mir vorbei. Das ist ja nice. Hm. Next Gen. Battlefield 4 funktioniert nicht mehr. Da wo ich gerade hinmörsere, da laufen möchte. Ja, ich hab schon Auge drauf. Ich glaub die kommen jetzt ganz hinten rum. Ja, die kommen links rum. Okay. Ja. Oh, wenn ich nur... Ah, die Smoken. Ja, sind da. Wenn ich nur ein Zweibein hätte. Eiii. Oh, jetzt krieg ich sie. Oh, oh, oh. Nice. Oh, aus dem Hürgel. F2000. Ja, also mit dem Ding, äh... Stationär, ohne Zweibein, das bringt nix. Wir gehen mal ein bisschen vor. Oh, bin gleich wieder da, bin nur auf Position 12. Ich nehm mal deinen SWAT-Platz ein. Ja, ausnahmsweise. Ist gut da, an Bravo geht einer ran. Ja. Ab ihn. In Mobili in Mitte. Hinter uns, Fato. Oh, ich könnte auch mal einen Medic brauchen. Links, Ab ihn. Ähm. Ja, du bist ein bisschen... Ich komm mal zu dir, aber... Ne, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Das heilt sich von alleine. Da geh ich gerade. Da kommt das deutsche Auto. Ja. Ja, ja, links kommen sie alle jetzt. Oh, Auto geht durch. Uiuiui. Plus, äh... Nicht Jetski, wie heißt das? Jetski auf Schneeding. E-Mobil. Ja, ja, ja. Weiß mehr, was ich meinen. Auto-Fly-Spangen. Oh, ich bin gespawnt und instant tot. Wollen halt... Wollen halt... Dankeschön. Die wollen halt einfach nie so richtig sterben, wenn ich mit dem M60 auf die schieß. Nehm ich den übel. Jetzt seh ich schon gleich, wird wieder irgendwer kommentieren, ja da benutzt doch das Buckchen. Ja, bravo. Ach ja, immer diese super Tipps. Ja. Lese ich auch gerne unter deinen Videos. Ja, das spielt aber auch nicht so gut. Na, aber gut, in dem Fall war das wirklich nicht so verkehrt, das Buckchen drauf zu nehmen. Ja, ich werde auch mal einen Tipp drunter posten. Erschieß doch mal wen! Ja, das ist eine gute Idee. Ja, bitte. Ach so. Ich dachte, dass die E-Mobil ist doch sowieso. Warum das M60? Ich tage ja gerne meine Profi-Tipps. Ja, das bleiben wir nehmen, werfen und gut ist. Okay, jetzt sterben sie plötzlich doch. Es gibt bestimmt nur. Ich hätte gerade fest, die keine mit Zwitsnatz Dschungeltarnung rum. Rechte Seite, rechte Seite. Links auch. Haben die Russen noch nicht? Aber die Russen. Nee. Gar nicht. Die haben alles nur für Wald. Macht total Sinn, weil Russland gibt's nicht Schnee. Links wird geraucht. Und wo geraucht wird, wird auch gleich gestürmt. Okay, rechtsbringern. Echt jetzt? Ich baue meinen Zweitein auf, dann kommt irgendein Sturmsoldat und er kann mich wegschieben. Oh, die haben auch einen Maser. Ja, du kriegst gleich mal Munition. Ja, geil. Über rechts, Pato. Über rechts, Pato. Bei mir läuft's auch, Position 11. Die Maser ist weg. Schade. Ja, ja, die hab ich gerade in der Maser. Ach so. Über links noch, einer. Achtung, M-Rap. Okay, gespottet. Ein leckerer M-Rap. Danke, dass wenigstens irgendwer so getan hat, als fände das lustig. Da kommt's. Haha. Voll, voll gut, ey. Haha, M-Rap. Der fährt hinten rein. Fährt zur Alpha. Fährt zur Alpha. Fährt zur Alpha, mein ich. Gucken, ob ich wieder ein bisschen was drin hab. Ja, ich guck auch grad. Feht ne Granate? Ja. Ja. Ah, Kloss ist dran. Der hat schon ein bisschen was... Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, Mörser. Mit dem Server schön leer. Position 9. Achtung, die machen jetzt auch Mörser. Ja, ich mach den rechten weg. Und der hat mich weggemacht. Na, ich hab, ich hab aber... seinen auch zerschossen. Boah, diese Mörser hier. Ja. Ja, durch die Mitte kommen sie wieder. Rennen Richtung Bravo. Okay. Da geh ich mal ein Bravo ran. Gelegen. Das ging schnell. Musst du vielleicht sprengen? Wir haben da schon ein paar. Ja? Ja, ist schon einer dran. Alles klar. Gut. 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 Wir haben hier wieder was. Ja, glaub ich ganz links. Oh, da kommt es ja mal mit. Das C4 Immobil hat C4 dran. Passt auf. Ja. Soll er mal machen. Ja, drüber links hinten. Ja. Uiuiui. Geh mal hier in den, ähm, in den Turm. Boah. Wie die tatsächlich regelmäßig mit den, äh, mit den Yucas vorbeischießen. Ja, ich bin grad auch fast schon wieder getroffen worden. Nur fast. Ja, der erste Ampall hat sich da mal gelohnt. Ja, eben. Der, der war so gut. Da braucht man eigentlich nie mehr. Was? Ja. Oh, Emrech kommt wieder. Ich auch gefangen. Der Alpha? Ja, ich auch. Da springt er. Der Mobility hat. Ja. Jetzt kommt er nach aus. Ausgestiegen. Ist down. Und CP ist dran. Nice. Ah, Mann. Hab sogar gesehen. Ja, die Granate war schon unterwegs. Sorry. Okay. War schon lieber fliegen. Und wenn ich mich schon hinlege, kann ich gerade auch ein bisschen nachladen. Vielleicht habt ihr es gemerkt da draußen. Ich, äh. Bravo. Wow. Haha, gut. Jetzt hab ich dann noch die, äh, UKF abbekommen. Ähm. Ich habe, weil ich so spontan aufgenommen hab, meinen Mischpult nicht zwischengeschaltet. Deshalb sind TeamSpeak Sound und Game Sound eines. Ohhhh. Ohne. Äh. Und da kann es sein, dass es ein bisschen, äh, Tonprobleme gibt. Aber da müssen wir jetzt durch. So krieg ich vielleicht einen noch. Oder vier. Auf rei-, äh, auf rechts vier Mann. Ich glaub doch mal einfach. Jawoll. Hab ich noch einen gekriegt? Nee. Gut. Genau. Ja, das ging ja. Gute Runde. Für unsere Seite. 14-1 bis zum Black Screen war ich ganz begeistert, also. Ja, sie haben vielleicht ein bisschen zu viele Targets zerstört. Oh, wer ist denn, äh, hier? Mein Recht inklusive. Der Fame, der Fame auf der 2. Nicht so schlecht. Aber gut, Verteidiger finde ich tendenziell gerade auf der Map ein bisschen einfacher. Mal schauen, wie wir uns jetzt im Angriff schlagen. Jukev für alle. Schickt. Juhu. Ich nehm das Schneemobil. Achtung, genau. Ja, da nehm ich einer mit. Ich spawne einfach mal hier. Oh, ich fahr mit. Ja. Wow. Ich fahr rechts drauf. So, dann fahr mal links rum, oder? Willst du auch noch? Ja, go. Wir machen links. Ich mach MG-Action. Ich versuche immer noch das Ziel zuletztens. Oh, die Rasse ist nicht voll mit. Da kommst du nicht durch, Kloß. Natürlich. Ach so, hier. Hier wohnt ja der, der komische, dieses Schneewesen da aus. Der Yeti aus Saos. Hast du das gesehen? Der Tauntaun, meinste? Nee, Tauntaun war ja das Vieh, wo drauf er geritten ist. Ja. Hier kommt links, Anna. Ja. Hier kommt links, Anna. Oh, den wurd ich gerade erschießen. Mitnehmen. Voraus. Ja, gesehen. Ja, bekämpfen. Direkt links von uns war ein Versorger, ja. Ja, hab ich einen Clamer, hab ich auch. Direkt voraus? Ja, ja, ich hab mich schon links rum. Es ist ein Versorger, ein Dings Pionier. Ist erledigt? Ich mach Schnau. Okay, ihr macht. Hinten stehen, Chain 2. Fahr mal ein bisschen. Ja. Ja. Ich konnte leider Alpha nicht setzen. Ich drehe. Wenn das gar. Ja, okay. Mörser ist weg. Hinten ist der Mörser-Typ. Wir gehen jetzt. Ordentlich. Voraus, voraus. Ja. Abend. Wunderbar, fahr alles wieder. Ne, hier ist der Pio. Hinten uns schon. Oha. Best gesetzt. Bravo ist heiß. Einfach hin. Einfach hin durch. Das ist jetzt nicht zu pressen bei Bravo. Heiß. Los, du hast deinen Hüttlschaden hinten rechts. Ja, ja. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, 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 ja. C4, C4. Schafft er nicht. Jawoll. Über euch. Ui. Mörser. Ja. Hinter uns noch mal mit. Gut, fahr mal ein bisschen weg, glaub ich, oder? Achtung. Ne, wobei, geht das gut. Ist da auf. Hast kommen wir gleich? Ja, zwei Stück hab ich. Ne, da rechts läuft noch einer. Ja, langsam. Ja, befriedet. Oh, jetzt, der will mit C4 an uns ran. Rückwärts, dann krieg ich noch ein paar. Ja. Ah, oben auf dem Hügel ist er. Ist das jetzt gesetzt? Warte, ich sammle dich ein mit dem Snowmobil. Wo bist du? Ui. Na gut. Na, die S4. Ja, Fabi. Ja, aber bis dahin haben wir ganz schön gestresst. Ja. Wie steht's denn überhaupt? Der ist da. Achso, okay. Wir haben den Nachschub gut aufgelden. Fabi? Ja. Bin auf drei stehen geblieben, also wenn du Zeitpunkt fährst. Ah, das ist ein Mensch, warte ich. Ich kann jetzt nicht rausswitchen, denn dann stopp die Aufnahme. So, wollen wir mal ein Auto mitnehmen? Dann warte ich gerade noch auf das MRAP. Oder gehen wir zu frühs. Hat jemand einen Mörser? Dann jetzt da hinten rein. Nee. Äh, ist ordentlich. Uiuiuiuiuiui. Achtung. Achtung. Raff auf 100. Nice, 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 nice. Ich mach mal kurz ein bisschen Nebel dahin. Okay, ich hab links einen. Ja. Auch. Ah, ich komm mit. Warte. Ah. Irgendwer. Na gut. Er schiebt mich einfach. Ah, geht doch nicht. Doch. Ja, ich bin zu dünn. 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 Warte mal gar nicht hin. Die Stützen. Los. Aska warte mit spawnen. Jetzt bei mir gleich mit spawnen Weg. Jetzt. Warte. Was ist mit Sinn? Bei Aska, ich geh mal dahin wo der gestaun ist. Bombiegen und Tux. Boah. Boah. Was? Mach Arsch. Mach Arsch. Boah. Sau. Bin hinter dir. Geh zurück. Geh zurück. Kann leider nicht sehen was er macht. Aber es ist bestimmt gut. Ich guck rechts. Das hört sich jedenfalls aus. Youkev. Äh, bei unserer Base oxidiert immer noch so einer rum. Da muss ich mal ein bisschen überfahren. Boah. Zwei mal rechts. Einmal down. An einem, komm. Legt. Boah. Granaten. Hat mich mit der Granate. Ui. Haben wir einen Sunny? Ich bin leider noch ganz woanders. Da sind gerade eigentlich die Typen da rüberfahren. Ich fahr einfach mal zu Bravo. Aber Kiste geht in Ruhe. Das braucht man bei uns. Wir sind gleich da. Ja, wir sind gleich da. Ich warte und spawnen direkt bei euch. Und jetzt. Ich bin raus. Ich bin da. Wo ist es nicht? Ja, ja, ja. Ich bin da. Okay. Ich rauche. C4 und Claymoos. Pass auf. Einer weggekillt. Nochmal Rauch. So, du bist herzlich eingelassen. Fuck. Ich komme. C4 und Claymoos. Da hinten dran hinter der Kiste ist noch einer. No, legt es hin. So, ist an. Oh, gleich nochmal C4. Was? Okay. Der rennt jetzt, der rennt zur Kiste, rennt zur Kiste. Oh, jetzt kommt er zur Kiste. Wo ist ein Zwei? Einer durch. Oh, schade. Boah, auf allen Hügeln liegen MGs oder Sniper, ne? Ja, aber das biebe ich an der Stelle auch an. Da kannst du echt am meisten Kills holen. Aber wenn Sniper, dann alle mit einer D mehr. Aber es geht doch nicht um Kills, es geht doch darum, den Modus zu gewinnen und das ist doch einfach nur Lame, ich weiß auch nicht. Na ja, aber du kannst ja so wirklich, wirklich auch gewinnen. So, ich halt mal ein bisschen Abstand, dann kannst du nämlich da oben ein bisschen gegenwirken. Da oben auf den Hügeln. Zweimal eine Station Höhe. Ah, hier ist viel zu wenig Deckung. Da oben, äh, hab sie markiert. Ich klicke wieder. Uiuiui. Was, ich seh, jetzt nichts. Irgendwie festgefahren. Irgendwas geht gerade nicht. Irgendwie fährt das ganz komisch raus. Ich steig aus. Los, ich geb ihm von hinten ein bisschen Sniper. Ich bin raus, aber du weißt den. Ja, ich hab ein paar markiert da oben, zwei Mann. Oh, wieder D mehr, ne? Von hinten. Verteil dich ein bisschen mehr. Ja, zu viele, echt. Ich geb ihn mal ein bisschen hin. Och. Wo machen wir welche hier? Ja. Rauch geht durch. Ja, ich hab's im Weg. Ja, nicht hat jemand gemessert. Anscheinend nicht im Blick. Ja, ich hab gerade aufs M-Com geguckt. Als er dich dann gemessert hat. Sorry. Guck stehen, komm, müssen wir es sehen. So, das ging aber gut jetzt. Ich fahr da direkt hoch mit dem Schnee-Mog. Okay. Sniper aufm rechten Hügel zeugt. Ich hole mir auch noch so'n Schnee-Mobil. Fabian, könntest du mir noch erst Hilfe entlegen bevor du wegdüst? Ja. Wo bist du? Ja, direkt vor dir. Komm mal zu mir hinter dir. Ja, dann tauschen wir noch ein bisschen. Ich find ein bisschen was von deinem und ich geb dir wissen was von meinem. Genau. Was, 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 links, links. Ja, ja. So, jetzt bin ich ne Medical Unit. Das ist auch noch ein Schnee-Mobil. Ja, ich hole das andere. Ich bin nämlich... Ja, gut. Aska, ich fahr bei dir mit. Jo. Warte mal. Erstmal Ziel setzen. Fahr mal links rum auf Alpha. Ja, wir sind schon vor. Wie der Streber. Nein, bei meiner Leiche direkt einer. Zwei. Der eine hat noch zwölf AP. Die sind rechts von euch. Ganz rechts außen. Der eine hat ne DMR. Ah, hier ist das doch. Ja, wir sind jetzt ganz links. Raus? Ja. Auch gut. Wir kommen bei euch raus. Eine Stunde. Warte, ich steig aus. Und jetzt... Was? Wir übernehmen am besten rechts vielleicht das Gebäude. Irgendwie... Bin ich... Ich weiß nicht woran ich gestorben bin. Vollgelegs. Mein eigenes... Kann es sein, dass ich wirklich an dieser Fahne gestorben bin? Wir haben ein verstecktes Spawn-Bake jetzt. Ja, da spawne ich doch direkt mal nach. Bin ich in der Luft spawnen. Na gut. Wird gelegt. Ist krass. Vielleicht kann man sich gut verteilen. Geil. Wir haben immer wieder welche, die bei uns... Bei unserem Spawn dann rumoxidieren. Ich mein, gut. Das mach ich ja manchmal auch, aber... In dem Fall sollten sie merken, dass es nicht gut ist. Bin dran an der Empfanzide. Bin down. Oh, DMR-Schütze! Wo ist der? Ich komm dich holen. Wenn ich dann hier mal rüberkäme. Shit! Oh, meine Position ist frei. Der war weiter... Ja, sie sind... Ja, das... Das war ein bisschen affig. Nice, durchgegangen. Pop! Oh! Ja, ich werd auch... Zisch das wieder? Ja, ja. Zisch, zisch, zisch. Ja, ich hab grad zwei Leute ausgeschaltet über dem Schild. Aber einer ist noch da. So, ich warte jetzt auf das Snowmobil. Ja, ich hab hier vom Haus eins stehen. Oben, links auf dem Berg. Ja, das ist hier. Oh, Mann. Oh Gott. War mir schon... Oh, oh, oh. Ja, den auf dem Hügel seh ich auch. Ja, voll einfach rüber links. Ja, grad aus, grad aus! Shit! Ich hab gerade angefangen zu... Oh, shit! Ich hab die... Ha! Turm umgefahren. Gut, aber dann... Witzig wär, wenn du damit noch einen getötet hättest. Das wär geil gewesen, ja. Oh! Zwei Mann bei mir auf dem Hügel. Ja, UK hat mich. I'm sorry. Wollte grad noch's abdrücken. Ja, all diese Scheiße. Ähm... Dann würd ich sagen mit Druck, Drall, Geschwindigkeit rüber zum Alpha. Alpha ist das schwerere Ziel. Auf meiner Leiche drei Mann. Mit rechts rein. Du hörst dich lernen. Das wird verrasen. Oh, Alter. Kill Trade. Ist denn down? Ne, da ist noch einer. Links an der Maul. Ich bin noch hier. Ich bin noch eine... Ein mobiles Heilfrau. Voll durch, Fabi. Voll durch hier links. Oben! Oben ist einer! Ja, können wir eigentlich nicht drum. Es sind zwei, haben mich. Oh, mehrere! Geiz. Oh, wei, wei, wei. Ah! So, ich nur kurz... Ah! Echt rundtot! Es schwankt! Es schwankt! Es schwankt! Mörser. So. Danke. Hast du ja eine kurze Kassel dran. So, gut. Der geht rein. Der... Mörser-Tipi. Ja. Ich nehm mal hier noch... Ich nehm mal hier noch das Auto. Auf dem Hügel, also hinter dem... Nämlich eine... Ein Hail-Auto. Kann eben vorbeifahren, Leute. Hailing. Hat die Tür zugemacht? Ich mach's nochmal auf. Oh, ne, ne, ne! Ist das C4? Ne. Wartet, lass mich gucken. Wagen, bitte. Lol. Ich bin... Leider oben. Was? Der war gut. Hinter mir? Ach, shit. Ja, das hat man davon, wenn man mal alleine unterwegs ist. Hab ihn. Wenigstens noch weggestorben dabei. Ich suppress mal ein bisschen. Was ist besser? Du hast dich von bei dir raus. Ja, passt aber auch. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Genau gegenüber, die Anhöhe. Zwei Schützen. Drei Schützen mittlerweile. Ich geh links, also... Oh, drei sind's. Ich bin down. Zwei Schützen. Alle weggeholt von hinten. Ja, mich hat er nicht... Der Kollege hat den Titel gemacht, aber... Ja, ich war auch drinnen, aber... Das war nicht die beste Stelle. Boah, was ist das hier? Boah, hier ist aber was los, ey. Bei Fabian. Was ist denn jetzt an... Oh, nix auf dem Berg. Oh, shit. Merster. Triple kill. Zwei Sniper. Hm, nicht leicht. Ne, dafür ist er jetzt aber down. So, Bravo, wieder wo durch. Lebst du noch? Ja. Ja. Frühgefreund. Kampfbohne. Läuft. Das tut. Alle anderen sind da. Das ist auch... Gut, dann gehen wir... Rechts, rechts, rechts. Hoch auf dem Hügel. Einer hab ich. Oh, die sind ja direkt bei uns hier. Einer down. Keine down. Noch einer down. Oh, ich lauf ganz schlecht. Ich war zu dritt. Uh, ich lieg hier mitten im Weg. Jetzt mach rein. Ist wieder einer rechts. Ja. Ich geh an Bravo ran. Oh, nee. Ah. Kann mich einer holen? Auf dem. Da ist noch einer. Links in der Schräge, genau. Da sieht... Ich find das auch so geil, dass die bergab liegen können. Also mit dem Kopf voraus nach unten. Ja. Und schießen die auf dich, ne? Das ist... Ja, die haben halt keinen... Keine Rückgrat. Ich hab echt kein... Kein Glück damit, wenn ich bei euch spawne. Ich spawne jetzt auch nicht mehr bei euch. Kann mir einer holen? Wahrscheinlich nicht, oder? Komm, haben wir geschafft. Jetzt schnell. Jawoll, top. Cool, rein. Aska. Geh schon mal nach oben. Jo, danke. Boah, 800 Punkte. Ja. Ich bin da Ziel wert? Nee. Boah, da kommen sie alle reingeflogen. Ein Abspringer. Nein, hab ich. Ey, hinter dir! Kloss! Ey, was? Ey, das sind so viele. Ich... Ich komme. Boah, das sind wirklich so viele. Also die alle herklafen. Boah, die sind ja dem alle aus dem Arsch geploppt bestimmt. Alle bei ihnen gespawnt. Aber gut. Man, jetzt hab ich mir ganz schön noch die... Die... Ist das das letzte? Blinkt das schon? Ja, ja. Oh mein Gott. Hier, Mann in der Halle. Rechtsseite. Oh. Ja, war doch schön. Oh, das Ende. Hat mir so die Stats verhagelt. Ja, mir auch. Ich war auch gerade gut. War schön. 3-0 und jetzt irgendwie... Äh, mein 3-1 und jetzt 2-1. Wo ich bei dir auf dem Snowmobile saß, hab ich glaube ich 1 zu 7 gespielt oder so. Ja, das lief dann plötzlich nicht mehr so gut. Schade, aber an sich. Coole Runde, auch wieder viele Medaillen. Und bestimmt ist mein Booster ausgelaufen vorher. Schade. So, jetzt geht das Mikro wieder. 16, 9, ach je. Naja. Hauptsache gewonnen. Und Hauptsache ihr hattet Spaß. Wir hatten eins. Eins. Eins Spaß. Bis zum nächsten Mal. Was? Dann gibt's zwei Spaß. Dann gibt's zwei Spaß. Von jeder Sorte eins.